Das, was gerade geschieht, betrifft uns alle. Der Galaktische Rat hat eine besondere Botschaft für uns heute und sie sagen, dass seit dem 21.06. bestimmte energetische Codes in das Erdgitternetz hinein gesendet werden und dass unser kollektives Gedächtnis davon betroffen ist. Was das alles im Einzelnen zu bedeuten hat, werden wir in der Botschaft gleich erfahren und stelle sicher, dass du das Video bis zum Schluss anschaust, damit du auch alle Informationen bekommst. Der Galaktische Rat hat eine ganz wichtige Botschaft für euch und es geht tatsächlich auch nochmal um die Matrix. Diese Botschaft wird uns allen helfen, leichter aus der Matrix hinauszukommen und das ist eine Vorbereitung für das Marana Festival, wo wir dort ja mit diesen ganzen Energien arbeiten werden. Ich freue mich so, dass diese Botschaft heute zu mir gekommen ist und dass ich sie mit euch teilen darf. Genießt also jetzt gleich jedes Wort, was hier gesagt wird und lasst euch fallen in die Energien. Es wird ganz viel Heilung auch fließen und es ist einfach ein göttliches Geschenk. Geliebte Menschen der Erde, wir begrüßen euch voller Freude mit dem Segen des Lichtes der Sternenfreunde. Wir sind der Galaktische Rat, der Friedensflotte und wir befinden uns mit unseren Schiffen in der Nähe der Erde. Und so haben wir folgende Botschaft für euch. Seit einigen Tagen wurden bestimmte energetische Codes in das Erdgitternetz der Erde eingebettet. Diese Codes werden euer Weltbild verändern. Wir sind gekommen, um euch diese neue Ära der spirituellen Evolution zu erklären. Denn seit einigen Tagen geschieht etwas Außergewöhnliches. Die Energiecodes, die in das Erdmagnetfeld eingebettet wurden, beeinflussen die Schwingungsfrequenz der Erde und auch aller Menschen. Und dies ist eine bahnbrechende Veränderung, die es euch allen ermöglichen wird, euch von störenden Frequenzen abzuschirmen und fortan auf einer höheren Frequenz zu schwingen. Wenn ihr uns jetzt fragt, was das persönlich für jeden Einzelnen bedeutet, können wir sagen, dass die Auswirkungen überwältigend sind. Indem ihr auf einer höheren Frequenz schwingt, öffnen sich neue Tore der spirituellen Erkenntnis, der Heilung und der bewussten Manifestation. Die Welt um euch herum wird sich verändern, da ihr nicht mehr von störenden Frequenzen so sehr beeinflusst werdet wie die ganze Zeit. Das bedeutet für euch, dass die Zeit gekommen ist, um euer ganzes Potenzial zu entfalten und in eine neue Harmonie mit dem Universum zu kommen. Und auch in eine neue Harmonie mit dem, was auf der Erde geschieht, zu kommen. Ihr werdet in der Lage sein, die Matrix auf der Erde zu verändern. Die Frequenzen, die sich seit einigen Tagen in eurem Erdmagnetfeld befinden, befähigen euch, auf eine ganz neue Art und Weise zu wirken. Die Zeit ist gekommen, um euer volles Potenzial zu leben. Die Entwicklung wird schrittweise vorangehen und es ist wichtig, dass ihr immer wieder in die Meditation geht und euch gedanklich jetzt mit diesem Erdgitternetz, mit den neuen Codes verbindet. Es ist an der Zeit, alte Grenzen zu durchbrechen und sich auf das Ungewisse einzulassen. Unsere Botschaft ist eine Einladung zur Transformation, zur Entfaltung eures Potenzial und zur Schaffung einer neuen Welt voller Frieden, Liebe und dem höheren Bewusstsein, nachdem ihr so sehr strebt. Tragt diese Offenbarung, diese Botschaft weiter, verbreitet sie, sodass noch viel mehr Menschen davon erfahren werden. Denn die Zeit ist gekommen, um aufzustehen, zu leuchten und die gemeinsame Zukunft umzugestalten. Liebe Menschen, seid bereit für diese unerwarteten Zeichen und kommt gemeinsam zusammen, um die Wunder des Universums zu erkunden, die auf euch warten. Nichts ist unmöglich und diese Entwicklung, die hier beginnt, ist ein erster großer Schritt in die komplette Veränderung der Menschheit, in die komplette Veränderung der Erde. Denn das menschliche Gedächtnis, das kollektive menschliche Gedächtnis, wird nicht mehr das sein, was es noch vor ein paar Tagen war. Ihr befindet euch auf dieser, man könnte sagen, auf dieser Überholspur und holt ganz viel auf. Ihr holt ganz viel Licht auf, ganz viel Wissen und kommt eurem Potenzial immer näher. Wir, der Galaktische Rat, beobachten all dies und wir sind bei euch. Ein jeder von euch wird in der Lage sein, auf seine komplette Kraft zurückzugreifen. Ihr werdet euch auf einer ganz anderen Ebene spüren und ihr werdet auf dieser Ebene das besondere Wissen haben, was es euch ermöglicht, mit Riesenschritten voranzugehen und die neue Erde hervorzubringen. Es ist wichtig, ihr lieben Menschen, dass ihr zusammenhaltet, dass ihr euch in Liebe begegnet und so oft wie ihr könnt, mit dem Erdgitternetz verbindet. Aus diesem Grunde möchten wir euch jetzt die Möglichkeit geben, euch mit uns zusammen mit dem Erdgitternetz zu verbinden und schon die ersten Veränderungen durch diese Energie kurz zu empfangen. Und wenn du jetzt, lieber Mensch, bereit bist, mit uns in diese Energie hineinzugehen, dann gib uns bitte ein inneres Ja und lege deine Hände auf deinen Bauch. Lege beide Hände auf deinen Bauch und erwarte nichts, sondern sei einfach da. Nun richte deinen Fokus auf das Erdgitternetz und in dem Moment, wo du dich darauf konzentrierst, beginnen die Strahlen der neuen Energiecodes zu dir zu fließen. Sie fließen in deine Aura, sie berühren jede einzelne Auraschicht und sie bewegen sich durch dein Energiefeld. Und wenn du nun bereit bist, dich zu öffnen, werden die Energiecodes ihren Platz in deinem System finden. und wie du sie mit dir den Tag Musik Und wenn du möchtest, dass wir diese Energiecodes für dich verankern, dann spreche bitte noch einmal ein Ja, dass du bereit bist. Denn dann werden wir jetzt beginnen. Musik Alima Solima Maa Holimo Solimo Maa Hilama Solima Maa Musik Die Verankerung wurde vollzogen. Vielleicht hast du ein Gribbeln in dir gespürt. Und vielleicht spürst du, wie sich deine Energie jetzt ausdehnt, wie du wächst und das Licht in dir ebenfalls wächst, wie du zu leuchten beginnst. Denn die Energiecodes tragen das göttliche Licht der unendlichen Galaxis des unendlichen Universums, der Liebe des Alleinen. Und so genieße nun, wie dieses Licht durch dich hindurch fließt, mit dem Wissen, dass dein eigenes Gedankenfeld sich erheben wird, dass deine Seele dich führen wird und dass du erkennst, was die nächsten Schritte für dich sind und wie du aus der Matrix hinaus kommst. Und so lass dich tragen, liebevoll tragen von diesen Energien, währenddessen wir über dich wachen. Möglicherweise empfängst du Bilder in deinen Visionen jetzt in diesem Moment. So nimm diese Bilder an, denn es sind wichtige Energien, die dir zeigen, was alles möglich ist. Und so senden wir dir den Segen der Sternenfreunde zu deinem allergenden höchsten Wohle. Genieße noch ein wenig die Energien, währenddessen wir uns bereits wieder von dir verabschieden. Bleibe ruhig ein wenig noch in dieser Energie und höre die Töne der galaktischen Energien, die zu dir fließen. Wir senden dir den Segen des Lichtes voller Freude. Bis zum nächsten Mal. Euch skincare. Drei. 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 Es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020